Seit ein paar Jahren zeige ich euch jetzt hier auf diesem YouTube-Kanal schon unter anderem alles rund um Paperless NGX und da darf natürlich auch ein geeigneter Netzwerkscanner nicht fehlen. Vor einiger Zeit habe ich euch ja noch den Brother ADS1700W als idealen Netzwerkscanner vor allem für Einsteiger im Privatsegment empfohlen und die Einrichtung von diesem Scanner auch wirklich eins zu eins Schritt für Schritt in der Paperless NGX Masterclass beschrieben. Wer die noch nicht kennt, schaut gerne mal in die Videobeschreibung, da ist die verlinkt. Natürlich sind die Anforderungen von Leuten ganz unterschiedlich, aber trotzdem gibt es, wenn man zu Paperless NGX hinscannen möchte, natürlich gewisse Gemeinsamkeiten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich entwickle mal eine Testmetrik, wie man Scanner bewerten kann, wie gut die für Paperless NGX geeignet sind. Genau das habe ich jetzt gemacht und möchte euch in diesem Video zuallererst natürlich die Testmetrik vorstellen, aber auch den ersten Scanner mit dieser Testmetrik einmal testen und zwar den Epson ES580W. Los geht's! Fangen wir damit an, wie dieser Test überhaupt aufgebaut ist. Zuallererst habe ich gesagt, es gibt eine gewisse Anzahl an Grundvoraussetzungen, die einfach erfüllt sein müssen, damit ein Scanner das überhaupt in diesem Test schafft. Und wenn die Grundvoraussetzungen erfüllt sind, dann schauen wir uns im Test das Thema Verarbeitung und Anmutung, Schnittstellen, Konfiguration und Ersteinrichtung, Bedienbarkeit im Alltag und ganz wichtig die Scanqualität an. Beim Thema Scanqualität habe ich noch was ganz Wichtiges eingebaut und zwar die Texterkennung. Die Texterkennung lässt sich immer sehr, sehr schwierig beurteilen, weil es immer eine Kombination aus dem Scanner und Paperless NGX auf der anderen Seite ist. Und ich habe den Test so aufgebaut, dass wir beides kombiniert anschauen, was euch als Kunde im Endeffekt auch zum Schluss interessiert, denn ihr habt diese Kombination aus dem Scanner und Paperless und wir schauen uns standardisiert an, wie gut ist diese Kombination aus dem Scanner und Paperless NGX am Ende wirklich. Legen wir mal los mit den Grundvoraussetzungen, also was muss dieser Scanner alles erfüllen, dass er es überhaupt erst in diesem Test schafft. Zuallererst muss er in der Lage sein, auf ein Netzwerkvolume zu scannen, und zwar selbstständig ohne PC, über das Protokoll SMB. Außerdem muss er einen automatischen Papiereinzug haben und dabei duplex, also doppelseitig scannen. Mehr habe ich in die Grundvoraussetzungen nicht gepackt, denn all das ist das, was ich sage, das muss wirklich gegeben sein. Andernfalls würde ich mir persönlich so einen Scanner niemals kaufen und alles andere ist dann noch der Weg zur Perfektion. Das schauen wir uns dann im Test an, aber das sind die Voraussetzungen, damit ich so einen Scanner überhaupt teste. Fangen wir an mit der Kategorie Anmutung und Verarbeitung. Und da muss ich sagen, hat der ES580W mich nicht so ganz überzeugt. Also er wirkt auf keinen Fall billig, aber ich finde tatsächlich, dass er günstiger wirkt, als er am Ende des Tages auch ist. Denn man muss sich überlegen, man gibt fast 400 Euro brutto für so einen Scanner aus und am Ende fühlt er sich relativ günstig an. Also dieses Plastikgehäuse wirkt sehr, sehr günstig, weil es ein bisschen knarzt und auch, ich kann es nicht beschreiben, aber es fühlt sich einfach ein bisschen günstig an tatsächlich. Die Scharniere und alles, was man rausziehen kann, ist relativ okay, aber man könnte sich das durchaus noch hochwertiger vorstellen. Es gibt leider keinen integrierten Staubschutz. Das haben andere Scanner besser gemacht, die man einfach zusammenklappen kann, um sie vor Staub zu schützen. Das ist beim ES580 nicht so. Das heißt, wenn ihr den in einem geschlossenen Container lagert, ist das gut. Wenn er bei euch aber frei rumsteht, dann wird der mit der Zeit verstauben. Das finde ich tatsächlich nicht so toll. Natürlich ist die pure Größe des Scanners auch entscheidend, denn man möchte sich vielleicht nicht den größten Klopper auf den Schreibtisch stellen. Und da muss ich sagen, ist der ES580W noch in Ordnung. Also er ist nicht der kleinste Scanner, also auf jeden Fall nicht vergleichbar mit dem ADS1700W, der aber auch überhaupt nicht in dieser Liga spielt und auch nicht so einen großen Einzugsschacht hat und so weiter. Also insofern voll okay. Aber man könnte sich theoretisch noch ein bisschen mehr Kompaktheit wünschen, insbesondere durch ein intelligentes Klappdesign, das auch gleichzeitig wiederum vor Staub schützen würde. Und lacht mich bitte nicht aus, aber ich habe auch akustische Anmutungen in diesem Test noch mit aufgenommen, weil ich finde, es macht einen Unterschied, wie so ein Scanner klingt, wenn man damit jeden Tag arbeitet. Das kann von komplett billig bis zu unglaublich hochwertig klingen und deswegen habe ich es einfach in diesem Test mit aufgenommen. Und da muss ich sagen, er klingt okay. Also es gibt Scanner, die klingen deutlich hochwertiger. Da hat man einfach das Gefühl, da ist mehr Masse in Bewegung, da passiert einfach mehr. Aber so für den Alltag ist das vollkommen ausreichend, bin ich auf jeden Fall zufrieden damit. Alles in allem bekommt der Scanner von mir 3,5 von 5 maximalen Sternen im Bereich Verarbeitung und Anmutung. Machen wir direkt weiter mit dem Thema der Schnittstellen. Und zwar gibt es da auf der einen Seite physische Schnittstellen, also sowas wie Stecker, die ich einstecken kann. Auf der anderen Seite aber auch elektronische Schnittstellen, also Protokolle, die der Scanner unterstützen sollte. Und praktischerweise sind das insgesamt fünf Stück, die ich mir vorstelle. Deswegen wird das mit den Sternen am Ende auch relativ einfach. Bei den physischen Schnittstellen haben wir da zuerst mal WLAN, also WiFi, das er unterstützen sollte. Denn ehrlich gesagt, ich finde LAN zwar super, aber für Netzwerkscanner, der sollte schon portable sein. Und wenn ich da jedes Mal Netzwerkkabel anstecken muss, finde ich das nicht so toll. Also WLAN muss er haben, das hat er. Also ich kann ihn ohne weiteres in mein bestehendes Heimnetzwerk über WLAN einbinden. Dementsprechend diesen ersten Stern haben wir uns schon mal verdient. Dann sollte der Scanner außerdem noch über eine USB-Verbindung, idealerweise USB 3, zum Host-PC haben, falls man doch mal über USB scannen möchte. Auch das hat er, das heißt den zweiten Stern haben wir uns auch schon verdient. Außerdem finde ich es praktisch, ab und zu auch mal über einen USB-Stick scannen zu können, wenn man zum Beispiel irgendwas für Freunde einscannt und das jetzt nicht in seinem privaten Paperless landen soll. Dementsprechend ist auch eine USB-A-Buchse praktisch, natürlich USB-C ist auch in Ordnung, aber auf jeden Fall keine Host-PC-Buchse, die also vom PC angesteuert wird, sondern explizit eine Buchse für USB-Sticks, um auf USB-Sticks scannen zu können. Auch diese Buchse unterstützt dieses Protokoll, also auch dementsprechend haben wir schon drei von fünf Sternen in dieser kurzen Zeit abgefrühstückt. Von den physischen Schnittstellen, die ich mir wünsche, haben wir alle. Jetzt geht es weiter mit den Protokollen. Und da haben wir ja schon gesagt, SMB, also auf ein Netzwerk-Share-Scan, das ist eine Grundvoraussetzung. Dementsprechend ist dieser Punkt, also mindestens einen Stern gibt es hier für alle Scanner, aber ist dieser Punkt auch erfüllt. Was ich mir aber noch als Kirsche auf der Sahne gewünscht hätte bei vielen Scannern und beim ES-580W das auch bekomme, das ist, dass ich in einem Protokoll scannen kann, das auch außerhalb von einem lokalen Netzwerk funktioniert. Wenn ihr euch damit noch nicht so gut auskennt, SMB funktioniert nur innerhalb von einem Netzwerk, also in einem LAN. Ihr könnt nicht über SMB, übers Internet auf ein anderes Share scannen. Das funktioniert einfach nicht, so ist das Protokoll nicht aufgebaut. Da kommen Protokolle wie SFTP oder auch WebDAV zum Einsatz. Und hier unterstützt der ES-580W SFTP. Das heißt, wir können das konfigurieren und theoretisch auch in eine Paperless-Instanz scannen, die wo ganz anders ist. Warum mache ich das? Vielleicht einmal kurz zur Erklärung. Warum finde ich das wichtig? Man könnte zum Beispiel ein getrenntes Netzwerk haben zwischen dem Netzwerk, wo der Scanner liegt und dem Netzwerk, wo Paperless läuft. Beispielsweise könnte Paperless bei euch im Büro laufen und der Scanner bei euch zu Hause. Ihr könnt euren Scanner aber vielleicht nicht über VPN mit eurem Betriebsnetzwerk verbinden. Dementsprechend wäre so eine Lösung wichtig. Oder Paperless läuft bei euch auf einem Cloud-Server, der natürlich nicht in eurem lokalen Netzwerk ist. Auch hierfür ist eine Anbindung über WebDAV oder SFTP extrem nützlich. Und genau für diesen Use Case habe ich mir eben dieses Protokoll gewünscht und auch vom ES-85W bekommen. Und ja, wer richtig mitgezählt hat, der kommt jetzt bei 5 von 5 Sternen raus. Und genau so ist auch mein Eindruck, der Scanner ist wirklich super angebunden. Ihr könnt im Grunde alles, was ihr wollt, anbinden. Und das finde ich wirklich klasse. Dementsprechend verdiente 5 von 5 Sternen. Weiter geht es mit dem Thema Ersteinrichtung und Konfiguration. Also wie gut, wie einfach lässt sich das Ding, sobald ich es mal aus der Packung rausgenommen habe, in Betrieb nehmen, sodass ich es wirklich produktiv nutzen kann. Und da überzeugt mich der ES-580W schon ziemlich. Denn auf der einen Seite kann man das Gerät, wenn man es möchte, komplett auf dem Touchscreen einstellen. Das möchte man zwar natürlich meistens nicht, aber es ist möglich, das Ganze innerhalb von wenigen Minuten einzustellen. Auf der anderen Seite kann man auch sehr, sehr viele Einstellungen sehr komfortabel über ein Webinterface machen. Das heißt, man muss nur die IP-Adresse von diesem im Netzwerk bereits eingebotenen Scanner wissen, um dann viele Einstellungen über die Web-Oberfläche einrichten zu können. Das finde ich besonders praktisch, weil man für viele Einstellungen nicht extra an den Scanner muss und auf diesem winzigen Touchscreen irgendwas tippen muss, sondern man das Ganze eben komfortabel von seinem Rechner aus machen kann. Die eigentliche Netzwerkeinrichtung, also die Anbindung vom Scanner ins Heimnetzwerk, die war extrem einfach möglich, einfach weil ich WPS benutzt habe. Ich habe also dem Scanner gesagt, ich würde mich jetzt gern mit dem Netzwerk verbinden, habe dann auf meiner Fritzbox die WPS-Taste gedrückt und innerhalb von wenigen Sekunden hat sich der Scanner automatisch mit der Fritzbox verbunden und war im Netzwerk registriert. So musste ich eben nicht mehr meinen ultralangen WPA-Key eintippen, sondern konnte das Ganze innerhalb von wenigen Sekunden einfach so lösen. Ab da habe ich es dann natürlich über das Webinterface weitergemacht und die wichtigsten Einstellungen eingestellt. Und so war ich innerhalb von wenigen Minuten in der Lage, meinen Epson ES580W mit sowohl meinem Netzwerk als auch mit meinem Knowledge zu verbinden, um auf einem Netzwerk-Share zu scannen. Außerdem konnte ich genau diese Einstellung als Shortcut speichern, die dann immer auf dem Startbildschirm vom ES580W steht, um mit einem einzigen Touch sofort losscannen zu können. Das finde ich immer ganz praktisch, weil ehrlich gesagt mag ich es nicht, mich erst durch drei Menüs durchzippen zu müssen, bis ich endlich mal da bin, wo ich sein möchte, um zu scannen. Ich will den Scanner anmachen und idealerweise, sobald er da ist, auch einfach mit einem Tastendruck scannen. Idealerweise habe ich vielleicht drei, vier bis acht Ziele, die ich ansteuern möchte und die hätte ich gerne alle in einer Übersicht. Und genau das kann der ES580W. Deswegen gibt es von mir in diesem Bereich tatsächlich volle Punktzahl. Insgesamt bin ich mit der Ersteinrichtung und Konfiguration vom ES580W sehr zufrieden. Einzig und allein die Web-Oberfläche vom Konfigurationstool sieht etwas mehr altbacken aus. Immerhin ist es ein Web-Interface und keine App, die man noch installieren muss. Das finde ich sehr gut. Aber weil das Ganze etwas altmodisch wirkt und vielleicht mal ein Update verdient hätte, gebe ich insgesamt hier vier von fünf maximalen Sternen. Weiter geht es mit dem Thema Bedienbarkeit im Alltag. Und eine Sache, die mich immer relativ nervt, ist, wenn der Scanner wahnsinnig lange braucht, vom ersten Anschalten, bis ich wirklich in der Lage bin zu scannen. Deswegen fließt dieser Faktor auch in den Test mit ein. Und da muss ich sagen, bin ich vom ES580W nicht so wahnsinnig überzeugt. Vom ersten Einschalten bis zum ersten Scannen vergeht mir persönlich etwas zu viel Zeit, weil er erst mal das Netzwerk suchen muss, sich dann mit dem NAS verbindet, um dann erst zu scannen, sobald diese Verbindung erfolgreich war. Das dauert schon ein paar Sekunden. Einen genauen Messwert werde ich euch auch noch hier in der Ecke einmal einblenden. Mir persönlich ist das einen Ticken zu lang. Wenn euch das nicht stört, nehmt es einfach so als harten Faktor mit. Das ist so der Wert, den ich rausgemessen habe. Ich persönlich finde es einen Ticken zu lang. Dementsprechend muss ich hier leider ein bisschen was abziehen. Der zweite Punkt, der mich bei der Bedienung interessiert, ist ein One-Touch-Icon möglich. Also ist es möglich, dass ich auf dem Startbildschirm vom Touchscreen ein Icon habe, wenn ich da drauf drücke, dass sofort der Scan auf dieses Ziel, das ich dorthin programmiert habe, auch loslegt. Und ja, das Ganze funktioniert beim ES580W. Ich nutze das zum Beispiel, um verschiedene Tags im Paperless zu hinterlegen. Falls ihr das noch nicht wisst, ihr könnt verschiedene Unterordner ansteuern und diese Unterordner dann zu Tags umwandeln lassen. Dazu habe ich auch schon mal einen Artikel geschrieben, den werde ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich einen Kurzwahl-Icon habe, der einfach allgemein im Paperless in die Inbox rein scannt und einen weiteren Icon, der mir das Tag LexOffice verpasst. Und alles, was mit dem Tag LexOffice, also mein Buchhaltungstool, getaggt ist, wird automatisch in das Buchhaltungstool hochgeladen. Wenn dich das interessiert, wie das funktioniert, schreib mir gerne mal in die Kommentare, denn da habe ich was programmiert. Das entsprechend ist auch Open Source, kann auch jeder kostenlos nutzen. Ich weiß noch nicht, ob es euch interessiert, deswegen, wenn es euch interessiert, schreibt das mal in die Kommentare. Genau, das war zu den One-Touch-Icons. Also das hat der ES-580W, finde ich super praktisch und möchte ich auch ehrlich gesagt nicht mehr missen. Dass der Scanner Duplex scannen kann, also zwei Seiten auf einmal, das ist ja eine Grundvoraussetzung. Dementsprechend ist es ja schon klar, dass er es unterstützt. Ich möchte es aber nochmal betonen, wie wichtig das ist, wenn ihr euch einen Scanner kauft. Wenn er keinen Duplex kann, lasst es sein, ihr werdet es euer Leben lang bereuen. Beziehungsweise eben so lange, wie ihr diesen Scanner habt. Und der letzte Punkt in dieser Kategorie ist das Scannen von langen Kassenzetteln. Es kommt sehr, sehr häufig vor, dass Netzwerkscanner, aus welchen Gründen auch immer, nur zum Beispiel so lange Kassenzettel unterstützen. Alles, was dann über diese Länge hinausgeht, wird als Papierstau gewertet. Das ist glücklicherweise beim ES-580W nicht so. Ich konnte hier auch schon wirklich lange Kassenzettel ohne Probleme einscannen. Und auch dort, ja, muss ich sagen, das ist zwar, es klingt so einfach, aber wenn ihr das im Alltag habt, dieses Problem, und ihr nur so lange Kassenzettel scannen könnt, dann macht euch das komplett fuchsig und komplett wahnsinnig. Deswegen nehmt das euch zu Herzen, wenn ein Scanner sowas kann, dass das wirklich was Gutes ist. Und jeder Scanner, der das nicht kann, würde ich euch in dieser Stelle auch wirklich nicht empfehlen, solltet ihr öfter mal Kassenzettel scannen. Insgesamt bin ich mit der Bedienung im Alltag sehr zufrieden. Einzig und allein die etwas lange Aufstartzeit hat mich doch etwas genervt. Dementsprechend gebe ich dem Scanner 4 von 5 möglichen Sternen für die Benutzbarkeit im Alltag. Jetzt kommen wir zu dem vermeintlich wichtigsten Teil, nämlich der Scanqualität. Die habe ich im Test unterteilt in einen subjektiven Teil, also wie ich die Scanqualität optisch empfinde, wie ich den Scanvorgang an sich empfinde. Und auf der anderen Seite einen objektiven Test. Dazu aber gleich noch mehr, wenn wir zu dem Punkt kommen. Im subjektiven Test geht es unter anderem darum, wie der Scanner mit Problemen umgeht. Also jeder kennt das, man hat Tackerlöcher, man entfernt die Tacker vielleicht, aber am Ende kleben die Dokumente ja doch an diesen Tackerstellen so ein bisschen zusammen, sind ein bisschen verhakt. Wie gut kann der Scanner das trennen? Oder sowas wie, kann der Scanner das erkennen, wenn er doppelte Seiten eingezogen hat? Und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, ist der ES-580W auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Seiten, die getackert waren, hinterher wieder entfernt wurden, also die Tackernadeln, hat er noch nie zusammengekleben lassen. Also er hat die immer sauber getrennt. Ich hatte hier noch nie ein einziges Problem. Wenn mal ein Problem aufgetreten ist, dann vielleicht beim Kassenzettel, der am Anfang schon so ein bisschen verknickt war, dann hat er aber sofort gemerkt, dass er das gerade verknickt hat und hat sofort aufgehört. Also der Scanner hat einen Ultraschallsensor, da misst er die Papierdicke, die aktuelle. Und sobald so ein Papier knickt, dann hast du ja doppelt so viele Lagen. Das erkennt er sofort und bricht sofort den Vorgang ab, um eben das Dokument nicht zu beschädigen. Das finde ich wirklich super. Und von daher, also rein subjektiv, wie der Scan-Vorgang ist und auch wie das Bild hinterher aussieht, also der eigentliche Scan, das sieht alles top aus. Das ist wirklich 1A. Ich persönlich als Mensch, also rein subjektiv, kann am Scan-Vorgang und auch am Scan-Ergebnis überhaupt nichts aussetzen. Insofern, bei der subjektiven Scan-Qualität gibt es bei mir absolut sichere 5 von 5 Stellen. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten Teil, nämlich die objektive Scan-Qualität inklusive Texterkennung. Und da habe ich mir folgenden Test überlegt. Ich habe ein Testdokument, also ein Referenzdokument erstellt, das Text, Tabellen und so weiter enthält und bei dem ich persönlich alle Wörter kenne, die drin vorkommen. Und dann habe ich den Test gemacht. Ich habe dieses Dokument 10 Mal hintereinander in Paperless NGX eingescannt und dann Paperless die Texterkennung durchführen lassen. Dann habe ich den erkannten Text in jedem Dokument genommen und verglichen mit dem originalen Text, von dem ich ja wusste, wie er ist, habe also jedes Wort aus dem originalen Text in den erkannten Texten von den entsprechenden Scans gesucht. Das Ganze habe ich mir natürlich programmiert, also das ist automatisiert passiert, dass ich dabei keine manuellen Fehler mache. Die objektive Bewertung richtet sich jetzt nach einem eigentlich echten Use Case, nämlich der Suche von Dokumenten. Wie funktioniert das? Ihr sucht Dokumente anhand von Wörtern, die im Volltext vorkommen, zum Beispiel Achsreparatur. Wenn das Wort Achsreparatur in diesem Dokument erkannt wurde, dann findet ihr das Dokument. Wenn das Wort nicht erkannt wurde, findet ihr es nicht. Dementsprechend habe ich das Fehlen von Wörtern sehr, sehr kritisch bewertet und wenn alle Wörter da sind, das dementsprechend gut. Außerdem habe ich in meiner Bewertungsformel noch die sogenannte Lebensteindistanz und die Übereinstimmung in Prozent der entsprechenden Wörter mit einfließen lassen. Und diese Lebensteindistanz könnt ihr euch so in etwa vorstellen, wie die Editierdistanz, also wie viele Änderungen am Dokument notwendig sind, um von dem Ursprungstext, also dem Originaltext, zu dem erkannten Text hinzukommen. Je größer die Distanz, desto schlechter ist es. Je höher die Übereinstimmung in Prozent, desto besser ist es. Und fehlende Wörter, glaube ich, muss ich auch nicht erklären. Je mehr Wörter fehlen, desto schlechter ist das Ganze. Außerdem habe ich noch in die Bewertung mit einfließen lassen, ob leere Seiten korrekt erkannt wurden und gleich entfernt wurden. Denn ich finde es wirklich nervig, wenn man Dokumente einscannt, die eigentlich gar keine Rückseite haben, diese Rückseite aber vom Scanner trotzdem mit an Paperless geschickt wird. Und das Endergebnis ist tatsächlich wirklich fantastisch. Ich habe von diesen zehn Dokumenten lediglich in zwei Dokumenten ein fehlendes Wort gehabt. Also das ist wirklich, wirklich gut. Da gibt es ganz, ganz andere Testergebnisse. Seid also noch gespannt, was noch alles kommt. Und insgesamt kommen wir hier im objektiven Teil auf ein Gesamttestergebnis von 4,8 Sternen. Also wirklich ein hervorragender Wert. Kommen wir nun zum Endergebnis. Wir haben insgesamt eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen bei diesem Scanner. Und das spiegelt auch mein Gesamtbild oder meinen Gesamteindruck wieder. Ich bin nämlich sehr, sehr zufrieden damit. Und ich kann euch so viel verraten, dieser Scanner wird quasi die Referenz sein für alle weiteren Scanner, die ich nach diesem Maßstab teste. Und es wird nicht der letzte Scanner gewesen sein. Wenn ihr also dazu keine Updates verpassen wollt, dann, ihr wisst es schon, abonniert einmal bitte diesen Kanal und aktiviert auch die Glocke. Wenn ihr das Gesamtergebnis nochmal schriftlich, Schritt für Schritt sehen wollt, dann könnt ihr euch gerne das PDF einfach aus den Shownotes einmal runterladen. Da habe ich euch die Gesamtwertung nochmal aufgeschlüsselt und auch die OCR-Bewertung könnt ihr da ein bisschen genauer sehen. Und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie ihr diesen Test fandet. Auf der einen Seite den speziellen Test von diesem Scanner. Auf der anderen Seite aber auch insgesamt die Testmetrik. Macht das für euch Sinn oder habt ihr noch Punkte, wo ihr sagt, das könnte man vielleicht auch noch mit den Tests mit aufnehmen. Ansonsten würde ich aber sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.